So, im heutigen Video schauen wir uns die Längenkontraktion im Minkowski-Diagramm an. Ich wiederhole nochmal kurz, was ist die Längenkontraktion? Stell dir mal folgende Situation vor. Du bist hier und du bist ein ruhender Beobachter und du hast einen Stab mit der Länge von einem Meter. Wenn sich dieser Stab jetzt mit einer Geschwindigkeit v nach rechts bewegt, dann ist dieser Stab aus deiner Sicht nicht mehr ein Meter, sondern zum Beispiel 0,8 Meter lang. Also wenn sich dieser Stab relativ zu dir bewegt, dann wird der Längen kontrahiert, also er wird kürzer. Und genau diesen Effekt, den schauen wir uns jetzt im Minkowski-Diagramm an. Und zwar schauen wir uns eigentlich ziemlich genau diese Situation hier an. Wir haben einen Stab, der sich mit einer Geschwindigkeit v nach rechts bewegt und wir haben einen ruhenden Beobachter. Und sagen wir mal, dieser ruhende Beobachter, der befindet sich zum Zeitpunkt d ist gleich 0 bei x ist gleich 0. So und jetzt brauchen wir noch ein Koordinatensystem für unseren bewegten Stab. Der bewegt sich ja mit der Geschwindigkeit v nach rechts. Und im letzten Video haben wir uns angeschaut, wie so ein Koordinatensystem für irgendeinen bewegten Beobachter ausschauen würde. Das würde zum Beispiel so ausschauen. Und das hier, das wäre unser Stab. Mit den beiden Endpunkten, einmal hier und einmal hier. Und im blauen Koordinatensystem hat dieser Stab die Länge von einem Meter. So jetzt wollen wir folgendes machen. Jetzt wollen wir die Weltlinien von den beiden Stabenden einzeichnen. Das heißt, einmal von diesem Stabende und einmal von diesem Stabende. Und dass diese beiden Geraden, dass die parallel sind, das ist auch irgendwie logisch, weil sich ja die Stabenden mit der gleichen Geschwindigkeit nach rechts bewegen. So, jetzt versuchen wir mit diesen Weltlinien einmal die Länge aus Sicht des blauen Koordinatensystems und einmal aus Sicht des weißen Koordinatensystems zu messen. Und was jetzt wichtig ist, und was auch irgendwie ziemlich logisch ist, ist, dass wir für diese Längenmessung die beiden Stabenden zum gleichen Zeitpunkt betrachten müssen. Weil hier unten haben wir ja im Endeffekt schon eine Längenmessung gemacht. Wir haben hier gemessen, dass der Stab ein Meter ist. Und diese Längenmessung, die haben wir zum Zeitpunkt d' ist gleich 0 gemacht. Das heißt, die beiden Stabenden haben wir beide zum Zeitpunkt d' ist gleich 0 uns angeschaut. Das heißt, wenn wir zum Beispiel hier oben den Stab messen wollen, dann müssen diese Stabenden tatsächlich zum gleichen Zeitpunkt hier und einmal hier sein. Das heißt, diese beiden Ereignisse, die müssen gleichzeitig passieren. Dann bekommen wir hier eine richtige Länge raus. Für L' wäre das wieder 1 Meter. So, jetzt haben wir die Länge aus Sicht des blauen Koordinatensystems gemessen. Wie machen wir das jetzt aus Sicht des weißen Koordinatensystems? Das geht jetzt wieder genau gleich, nur mit dem einzigen Unterschied, dass die Gleichzeitigkeit aus Sicht dieses weißen Koordinatensystems nicht die gleiche ist wie aus Sicht dieses blauen Koordinatensystems. Aus Sicht des weißen Koordinatensystems werden nämlich diese beiden Punkte gleichzeitig. Das heißt, die Länge des Stabes aus Sicht des weißen Koordinatensystems ist diese Länge hier. Ich nenne sie mal L. Und du siehst jetzt schon, dass diese Länge L hier, dass die kürzer ist als die Länge L'. Jetzt darfst du aber nicht folgendes machen. Du darfst jetzt nicht sagen, okay, wir kennen die Länge L'. Wir kennen diese Winkel hier. Das heißt, mit irgendwelchen Dreiecksklärungen können wir jetzt ziemlich einfach diese Länge L' ausrechnen. Das darfst du so nicht machen, weil nämlich die Achsen-Skalierung im blauen und im weißen Koordinatensystem unterschiedlich ist. Weil im blauen Koordinatensystem ist ja diese Länge hier, das ist 1 Meter. Und im weißen Koordinatensystem ist diese Länge hier 1 Meter. Und du siehst jetzt schon, dass dieser Meter im blauen Koordinatensystem ein bisschen länger ist wie im weißen Koordinatensystem. Das heißt, du darfst jetzt nicht versuchen, mit der Geometrie von dieser Situation hier eine Formel für die Längenkontraktion zu finden. Hier kannst du einfach nur sehen, dass die Länge L kürzer ist als die Länge L'. Wie wir eine Formel für das L, beziehungsweise wie wir eben die Formel für die Längenkontraktion herleiten können, das schauen wir uns dann im nächsten Video an.